Hallo Inge, da ist die Petra, grüß dich, auch von mir kriegst du eine kleine Nachricht. Also wir hoffen, dass du bald wieder nach den Grüß kommst, beziehungsweise zu uns kommst, dass wir wieder vielleicht Party machen können bei uns auf der Terrasse, mit Schnitzel oder sonst was, sodass du eine Weile länger bleibst. Vielleicht kommt der Sascha auch noch dazu und das wäre sehr, sehr schön für dich.